Hallo meine Lieben, es geht weiter. Und zwar stand da die übliche Antwort bei mir dauert sieben Sekunden. Jetzt haben wir Wahlmöglichkeiten, die mit weniger Zeitbegrenzung sind. Gut, Kapitel 5. Eine seltsame Begegnung. Dann nehmen wir doch mal los. Du läufst mit Zoe. Wir müssen schneller gehen. Es wird bald in Strömregnen. Ich muss bloß kurz gucken, ob der aufnimmt. Ja, ich musste nämlich tatsächlich alles von vorne machen, zum zweiten Mal, weil irgendwie immer mein Stand nicht gespeichert wird. Ja, deswegen musste ich die ersten vier Kapitel, Gott sei Dank aber ging es ja mit meiner eigenen Playlist, um mal wieder aufzuholen. Keine Ahnung, was hier immer los ist. So, das hatte ich ja vorher, glaube ich, hier nicht weiter. Wir müssen schneller gehen. Genau. Wir könnten zurück an die Bar gehen und warten, bis es vorbei ist. Du wirst jetzt durchnässt sein und frieren. Ist mir egal, ich gehe nicht in die Bar zurück. Kein Scherz. Zoe ist peinlich berührt. Ja. Ist aber schuld, wenn sie nicht so viel anhat. Ich untersuche die Identität von X92, wenn ich nach Hause komme. Das muss unter uns bleiben. Was ist, wenn X92 alle unsere Gespräche sieht? Ja, das bleibt zwischen uns beiden. Nein, wir müssen das den anderen sagen. Ja, ich schätze mal, er wird es ja sehen, ne? Der Techniker, der den Virus in meinem Telefon gefunden hat, naja, er sagte mir, dass beide Personen in einem Gespräch gehackt worden sein müssen, damit der Hacker Zugang zu unserem Gespräch haben kann. Auf meinem Telefon hat er auch einen Virenschutz installiert. Und er fügte auch eine Erkennungsfunktion hinzu. So, auf diese Weise werden wir benachrichtigt, wenn der Hacker in unserem Gespräch eindringt. Oh, das ist gut. Das müssen wir so schnell wie möglich nutzen. Es ist wahrscheinlich riskant, es zu testen. Hm, nee, müssen wir schnell nutzen. Ach, das wird schon passen. Ja, absolut. Mit wem willst du es testen? Klingt, als würde ich mich mit dir auf ein weiteres wildes Abenteuer begeben. Warum durchlehnen wir immer die verrücktesten Sachen? Ja, das mache ich. Sie war Harry Potter. Warum seid immer ihr dabei, wenn irgendwas ist? Vielleicht ist es ein Zeichen. Oder es ist mein ewiges Pech, wegen dem ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort bin. Der Stein fliegt 1,5 Meter weiter in jemandes Bay. Ja, oh, hoppla. Du gehst an der Person vorbei. Die Person starrt Zoe an. Ihr geht beide weiter. Ich bin froh, dass ich nicht allein gehe. Mit mir brauchst du dir keine Sorgen machen. Um diese Zeit führen die Leute nichts Gutes im Schilde. Oh Gott, wie oft sagen Männer und das sind auch nur Menschen, ne? Aber wir wollen sie ja beruhigen. Also klar, wenn wir dabei sind, passiert gar nichts. Ach, ich hoffe es. Ich glaube, jemand folgt uns. Ach, es war so klar. Drei Personen verfolgen euch nah. Ihr beide beginnt schneller zu gehen. Ich glaube, sie werden versuchen, uns zu überfallen. Ihr kommt dann einer Kreuzung an. Oh, nee. Ach so. Rechts abbiegen. Rechts ist immer gut. Ihr befindet euch jetzt an einer Kreuzung. Hm, wir gehen rechts. Ah, obwohl. Ach, verdammt. Nein, Reg. Das dachte ich ja auch gerade. Es ist eine Sackgasse. Die drei Personen, die euch folgen, holen euch ein. Stopp. Sorry, und du bleibst stehen. Oh, ich dachte gerade, ich muss gerade ausgehen. Was willst du von uns? Oder wir warten. Ach, wir warten. Die wollen uns überfallen. Ja, was denkt ihr denn? Eine Frau? Eine Frau geht auf euch beide zu. Du, ich erkenne dein Gesicht immer noch nicht. Aber du musst, du musst Zoe sein. Woher kennst du sie? Und wer bist du? Bleib ruhig. Nee, wir bleiben erstmal ruhig. Wir müssen radikale Akzeptanz. Wer bist du? Die Frau spricht mit den beiden sie umgebenden Männern. Okay, Leute. Ihr könnt mich mit ihnen alleine lassen. Die beiden Männer gehen weg. Mein Name ist Jorokobi. Ich und die beiden anderen Jungs, wir sind Teil einer Hackergruppe. Und wir haben gerade ein von unserer Gruppe viertengesagtes Problem gelöst. Oh Gott, es geht wieder los. Welches Problem? Moment, seid ihr das Problem? Nein, das schreiben wir nicht. Welches Problem? Jorokobi schaut dich an. Ah, du bist sicher, Rick. Du. Du bist in Gefahr. Achso, das wird nie passieren. Willst du mich umbringen? Was? Das wird nie passieren. Oh Gott, ich kann gar nicht nachdenken. Zoe beginnt schneller zu atmen. Der Name unserer Gruppe ist Purple Tear. Ja, sie haben eine neue Trophäe gewonnen. Wir nehmen die gesellschaftlichen Außenseiter auf und zeigen ihnen, wie sie durch Hacking mächtiger werden können. Oh Gott. Was hat das mit uns zu tun? Ach, hier läuft keine... Oh. Lass die fortfahren. Du bist also X92. Ja, das nehme ich mal. Du bist also X92? X92? Wir haben nichts mit ihnen zu tun. Aha, aber die kennen wohl. Ihr habt gerade eine wertvolle Information entdeckt. Vor einem Jahr nahmen wir einen Freund von euch auf. Ihr müsst wissen, von wem ich spreche. Warte. Also wir können überlegen. Ja, nein, es ist uns noch immer egal. Die haben einen Freund von uns aufgenommen. Meinen die hier... Oh, hieß der Ben? Benjamin? Oh Gott. Naja, der komische Typ da von Eva, oder? Hm, nee, von Zoe. Oh Gott, ich bring gerade alles durcheinander. Ah, der Typ. Was? Was ist der Typ jetzt? Von Zoe oder von Eva? Nee, von Zoe. Okay, gut. Der Typ war von Zoe. Hm, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich schreibe mal Nein. Ach, Brian, sag ich doch Ben. Benjamin ist doch der gleiche. Sagt euch der Name Brian etwas? Kennt ihr seine Geschichte? Als eure Freundin entführt wurde, dachten alle, er sei der Entführer. Auch ihr. Yorokobi rückte näher an Zoe. Es begann mit seiner Mutter, die ihn enterbte. Dann versuchte er, bei seiner geliebten Zuflucht zu suchen. Aber sie rief die Polizei. Er hat schnell erkannt, dass niemand etwas mit ihm zu tun haben wollte. Und dann kam er zu euch. Doch, Brian, ey. Oh Mann, ich war, ich lag echt richtig. Und? Das sagt mir immer noch nicht, warum ich in Gefahr sein sollte. Ich mach mal und. Ich möchte, äh, Kommunikation haben. Also Fragen stellen. Wir haben ihm schließlich geholfen, ihm die Chance gegeben, zu reifen. Er erhielt ein Zuhause und eine Gemeinschaft, bis zu dem Tag, an dem sich die Gruppe teilte. Wir hatten die besten Hacker des Landes, aber wir stießen auf moralische Probleme. Eine Seite wollte sich nur rächen. Und die andere Seite hielt sich an die Prinzipien der Gruppe. Ich lasse euch raten, auf welcher Seite Brian war. Ah, Rache. Die schlechte Seite. Das denke ich auch. Wenn ihr es so nennen wollt, dann ja. Das Problem ist, dass sich Brian entschied, euch ins Visier zu nehmen. Moment mal, warum uns? Fragt Zoe. Ja, ich habe ihm nichts getan. Ja, warum wir? Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir ihm nicht geholfen haben. Ja, haben wir ja auch nicht. Er glaubt, er habe seine Gründe. Aber ich kann euch beiden sagen, dass Brian einfach völlig verrückt geworden ist. Jakobi glauben, Jakobi nicht glauben. Doch, wir glauben immer. Zoe entscheidet, deinem Urteil zu vertrauen. Gut, dann. Warte, das ist alles? Du willst uns nicht helfen? Wir sind hier, um das Chaos aufzuräumen, dass Brian und seine neue Splittergruppe begonnen haben. Nicht, um euch die Hand zu halten. Ihr zwei scheinen nette Leute zu sein, aber wir müssen uns heute Abend um andere Dinge kümmern. Okay. Sie geht auf die beiden anderen Männer zu. Zoe erhebt ihre Stimme. Und was sollen wir jetzt tun? Hm. Fragt eure Freundin Lucy. Und der Ring hört auf. Sollen wir sie verfolgen? Nee, machen wir nicht. Zoe beruhigen? Oder Zoe in die Arme nehmen? Also Verfolgung bringt überhaupt nichts. Das sind so eine Leute, die sind ursprünglich wahrscheinlich weg. Wir beruhigen Zoe mal. Rick! Wir stecken tief in der Scheiße. Hey Brian. Ich bin's, Lucy. Evas Schwester. Zoe hat mir erzählt, dass du nicht auf ihre Nachrichten antwortest. Wir würden gern irgendwas tun, um es wieder gut zu machen. Bitte. Ruf mich zurück. Ich bin's, Lucy hat auf jeden Fall Brian angerufen. Spielen. Kapitel 6. Der See. Okay. Es wird so übel. Wir sind am See. Eine Person sitzt am See. Ob das Lucy ist? Ich weiß auch nicht. Ich mach mal Lucy. Sie reagiert nicht, als du zu ihr hinuntergehst. Es ist Lucy. Hey Rick. Ich hatte dich nicht erwartet, hier zu treffen. Ihr Blick bleibt auf den See gerichtet. Bist du X92? Du bist X92, nicht wahr? Ich weiß, dass du nicht X92 bist. Wer ist Yorokobi? Oh ja, das nehm ich. Wer ist das? Ich muss bestimmt kappen. Sie bleibt still. Komm. Setz dich neben mich. Setz dich hin. Okay. Doch, also... Weigere dich, dich neben sich zu setzen. Nein. Ich setz mich hin. Du setzt dich neben sie an den See. Das ist echt ein schönes Bild. Vor dem Morgengrauen ist hier alles ruhig. Lass uns auch ruhig sein. Ich hatte gehofft, mich heute Morgen entspannen zu können. Lucy setzt sich wieder auf. Ja, Yorokobi und ich zahlen die gleichen Werte. Du bist also ein Hacker. Steht ihr beide euch nahe? Gehörst du zu ihrer Gruppe? Sie ist ein Hacker. Nein, ich bin kein Hacker. Echt nicht? Okay. Warum hast du uns mit Takashi angelogen? Wer ist sie für dich? Ja, das mache ich. Noa, eine Bekannte. Lucy sehnt sich hinunter und zeichnet Formeln ins Wasser. Ach, lehnt sich. Entschuldigung. Yorokobi. Das bedeutet Freunde. Ach, Freude auf Japanisch. Glaube ich. Entschuldigung, Leute. Oh mein Gott. Okay. Aber ihr richtiger Name ist Sylvie. Genau wie der meiner Adoptivmutter. Lucy begann zu lachen. Das ist ein hübscher Name. Nichtsang. Ich finde das... Oh, ich weiß nicht. Ich finde das immer so dämlich. Oh, das ist aber ein toller Name. Oh, ich weiß nicht. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich lasse sie weiterreden. Sie hat auch den Spitznamen Fingerabschneider. Und glaub mir, du willst nicht wissen, woher der kommt. Weißt du, ich sehe, wie du voller Selbstvertrauen hierher kommst und entschlossen bist. Warum sollte man versuchen, ein Problem zu lösen, wenn man nicht alle Informationen hat? Deshalb bin ich hier. Ich weiß mehr, als du denkst. Nein, deshalb bin ich hier. Ich mache es jetzt gerade echt einfach nur nach Bauchgefühl. Und das ist gut so. Jeden Tag untersuchst du Menschen und Dinge, ohne das Gesamte zu kennen. Ich lächle viel. Aber was ist, wenn ich an Depressionen leide? Du hast recht oder bleib ruhig. Oh, sie ist eigentlich gerade so richtig gut in Stimmung und redet. Wir sind ruhig. Zugleich ist es unmöglich, alles zu wissen. Zum Beispiel, du weißt, dass Eva und ich Weisen sind, aber du kennst nicht die ganze Tragödie unserer Geschichte. Und es ist eine Tragödie, die wir nie mit dir teilen werden. Denn es ist normal, manchmal einfach nicht alles zu wissen. Du scheinst so hartnäckig auf der Suche nach Antworten zu sein. Warum vertraust du mir nicht einfach? Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich vertraue dir. Ich will dir nicht vertrauen, wenn es nur bedeutet, dass du deine Geheimnisse für dich behältst. Jetzt wird es schwierig für mich. Jetzt kann... Oh, jetzt muss ich... An sich vertraue ich Lucy, aber an sich eigentlich auch nicht. Aber irgendwie ist sie so schräg, dass man sie vertrauen muss. Also irgendwie muss man ihr vertrauen, oder? Ich will dir nicht vertrauen, wenn es nur bedeutet, dass du deine Geheimnisse... Ja, nee, ich nehme das mit den Geheimnissen. Schade. Ich bin bei ihr noch sehr... Oh Gott. Ich bin bei ihr sehr... Unentschlossen. Kann ich dich etwas fragen? Ja, natürlich. Wir warten. Ich höre zu. Ja, kannst du. Oh, hoffentlich weiß ich die Antwort. Wärst du bereit, dein Leben zu opfern, um einen geliebten Menschen in Gefahr zu retten? Ja, wäre ich. Ich würde keine Sekunde zögern. Ich weiß es nicht wirklich. Ich denke schon. Ja, würde ich. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ich würde dir schon das Reflex machen. Deine Antwort gibt Lucy zu denken. Es gibt eine Sache, die ich mit dir teilen möchte. Ich weiß, dass du X92 getroffen hast. Und ich weiß, wer es ist. Äh, wer ist es? Oder lass sie fortfahren. Wer ist es? Guck mal, ob sie es uns sagt. Du weißt, dass ich es dir nicht sagen kann. Yorukobi ist ein Teil von Purple Tear. Die Mitglieder der Gruppe erkennen sich gegenseitig an vier chinesischen Schriftzeichen, die entweder auf sie selbst tätowiert oder in ihre Kleidung eingenäht sind. Das erste Zeichen bedeutet, das erste Zeichen bedeutet weinen, das zweite Freude, das dritte Lieben und das letzte ist die Angst. Für sie steht Himmelblau für Freude, das Rot einer Rose für Liebe. Die Dunkelheit ist Schatten für Angst. Mischt man diese drei Farben zusammen, erhält man Violett. Ich habe Angst vor meiner Auswahl. Also, Lucy und Yorukobi sind ja schon mal Freude. Interessant, aber ich würde gerne wissen, wer X92 ist. Das interessiert mich nicht. Na doch, eigentlich, ich finde es interessant. Muss ich tatsächlich sagen. Ich komme dazu. Es gibt eine weitere Fraktion. Die von Brian. Es ist die Gruppe, zu der ich gehöre. Die Waisenkinder. In einem Sinne sind wir eine Gruppe, aber in einem anderen Sinne sind wir keine. Das hat nichts zu bedeuten. Was willst du damit sagen? Sie soll echt viel erzählen. X92 ist nichts weiter als ein Hacker, der gehackt wurde. Jemand bot ihm die Software an, die von dem ersten Waisenkind einem Hacker namens X00 entwickelt wurde. Ein Hacker wählt dich aus, findet dich, überträgt die Software auf dein Gerät und verschwindet dann. Wir sind Einzelgänger. Ah ja, deswegen sind sie eine Gruppe und gehören zusammen, aber im Endeffekt sind sie wieder keine. Ich wäre jetzt nicht auf Einzelgänger gekommen, also gekommen. Ich würde jetzt so andere Sachen, vielleicht eher vermutet. Aber nicht, dass die eigentlich alle einständig arbeiten. Ich weiß nicht. Das ist dir also schon passiert. Was soll das Ganze? Ja, das ist dir also schon passiert. Hört sich für mich so an. Ja. Ich habe die Software erhalten, dann habe ich sie jemand anderem gegeben und so weiter. Yorukobis Gruppe bekennt sich im Gegensatz zu uns klar zu ihren Werten. Ich habe also auch eine Nummer. Darf ich wissen, welche es ist oder nicht sagen? Ich frage mal. Ach, mehr als sein kann sie ja nicht. Nein, das kannst du nicht. Wir können nichts verraten, nicht einmal innerhalb der Gruppe. Ich werde nie wissen, wer mir die Software geschenkt hat. Ein Waisenkind kann die Software an höchstens zwei Personen verschenken. Die erste Person wird nicht in der Lage sein, die Software an jemand anderen zu verschenken. Aber die zweite Person wird es sein. Wir wissen nichts über die Waisenkinder, die uns vorausgegangen sind. Aber wir haben Zugang zu den Archiven all derer, die nach jedem von uns kommen. Du kannst mir also nichts sagen, wie X92 ist. Und ich habe keinen Zugang zu den Archiven. Ich mache das. Das war in dich klar. Nein, das kann ich nicht. Ich vermute, Eurokobi hat dir von Brian erzählt. Ja, hat er. Ja, hat sie. Ja, hat sie. Okay. Er bringt uns alle in Gefahr. Alle? Neugierig. Hast du eine Lösung, um uns aus der Schusslinie zu bringen? Wir werden uns etwas überlegen. Was kann er uns wirklich antun? Oh, ziemlich viel. Wenn ein Hacker ist, kann er sehr, sehr viel antun. Aber ich bin mal neugierig. Sie hat bestimmt eine Lösung. Ja, ich habe bereits eine Idee. Eurokobi hat akzeptiert, mir zu helfen, Brian aufzuhalten. Aber sie weiß nicht, wo er ist. Sie kann uns also nicht helfen. War Eurokobi deine Idee? Wir können selbst nach ihm suchen. Wir könnten selbst nach ihm suchen. Nein, das können wir leider nicht. Warum nicht? Sie möchte Zugang zu Daten und Projekten von alten Mitgliedern ihrer Gruppe, einschließlich Brines Fraktionen. Aber dazu braucht sie die Hilfe eines weißen Kinders. Warum? Dann finde sie. Warum will sie das? X00 ist einer der meistgesuchten Menschen der Welt. Oh. Die von ihm entwickelte Software ist besser als jede andere bestehende Software. Wir wissen nicht einmal, ob er noch am Leben ist. Aber die Software existiert noch. Ich kenne Eurokobi, weil ich diejenige war, die ihr dabei helfen wollte. Aber wie ich dir schon gesagt habe, bin ich kein Hacker. Ich habe beschlossen, die Software nicht zu verwenden. Ich habe sie nicht einmal angefasst. Viele Leute hätten es getan. Das ist sehr anständig von dir. Nicht ein einziges Mal. Nein, ich glaube ihr das schon. Warum auch immer, aber ich glaube ihr das. Viele Leute hätten es getan. Ja, es hätten wirklich viele Leute getan. Glaube ich schon. Lucy schaut dich an und lächelt. Aber du, du hast die schon benutzt, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Ich nehme mal was. Ich darf dir nicht sagen, wer X92 ist, aber ich habe Zugang zu den Archiven nach meiner Nummer. Und ich weiß, dass du X94 bist. Also such Eurokobi und hilf ihr, sich im Brian-Server zu hacken, damit wir ihn finden können. Okay, ich werde ihr helfen. Nein, tut mir leid, das werde ich. Ach doch, ich will ja auch Brian finden. Lucy sieht erleichtert aus. Ach, ich danke dir, Rick. Das erinnert mich an den Tag, als ich dich bat, mir mit Eva zu helfen. Ich wollte nur wissen, ob du einer auf der meinen Seite bist. Zoe selbst und ich schätze, du hast deine Wahl getroffen. Lass sie uns noch ein bisschen länger hier sitzen, ja? So, oh Gott. Es ging so schnell, aber okay, was soll man machen? Ja, wir werden auf jeden Fall hacken, hacken, hacken. Bestimmt jede Menge. Ich bin sehr, sehr, ja, überrascht. Also wir sind schon mal X94. Auch alleine, wie es weitergeht. Ich muss hier auf jeden Fall jetzt einen Cut machen, werde aber direkt weiter aufnehmen. Dankeschön wieder fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020